Rosenkuhl aber wir leveln ganz schön schnell klar reichen und es ist noch zu Lixi Dixie nach Klo Dixie Raha Hau Prozent ich glaube nicht mehr als sehr geiler Witz er hat ja noch die ganzen Farben die können wir er hat jetzt schon wieder in Laubelfe geht die Spend Spend Geister und Lumi-Lilien und Scheiße ach ich bin jetzt wieder die jetzt wissen wir haben ja Geister auch von jetzt müssen wir jetzt müssen die Laubelfe und Lumi-Lilien töten wer hat er macht was er will den Priester ab ich will die Laubelfen ich gehe die Lumi-Lilien ihr müsst ihr alles töten weil ihr die Elfen sammeln müsst ja die Laubelfen fehlt nur noch eine einzige und dann hast du ich mache dir mal die Lilien haben sich die Laubelfen erledigt nein ja nein also du musst ja sammeln Wahnsinn die Behindert die greifen mich von allen Seiten an und schaffen es trotzdem nicht mich zu kriegen aber was die mal machen könnten hier wäre diese Sammelquest vielleicht so machen dass es gruppentauglich ist dass wenn einer das sammelt die anderen das auch kriegen das ist ein bisschen blöd vielleicht dass sie denn die Rate ein bisschen runterschrauben wenn das Gruppe ist wie viel noch zwei zwei Sachen bekommen und drei sowas fehlt mir jetzt noch Geist auch von Laubelfen fehlt mir noch dafür ich habe auch die ich glaube hier ist das nachher geteilt weil ich habe vorhin gar nichts eingesammelt zu bekommen ich habe aber auch schon einmal Geist auch von Laubelfe ich habe ja ganz vieles und ich habe nur drei Sachen eingesammelt ne mir fehlt noch einmal von Laubelfe kann könnte man ein bisschen töten und mir fehlt noch eine Lumilie ja tötet mal eine Lumilie die Ortegt die zur Laufel Verschuldigung ich bin schon hier so weil aggressiv und noch eine Ako mehr danke er hat sich auch mit der Axt nehmen und sich um sonst erst mal Buch bestätigen und dann noch mal neu ihr welches war das jetzt warte mal aber ich weiß nicht mehr schnell fertig meist dass es hier und wurde die Städte bestätigen um jetzt habe ich bald Riesenwald ältest es ist auch gleich kommen ich jetzt mal zu der alle sind schon die sind stark ja ich muss auch ein sehr geht mir kommt was schon bei der 9 in der in der 8 nein der listen andere Führer von für Notbox nachhaltig Schnauze ja jetzt müssen Wald Riesenwald älteste genauso viel wie wir auch in der Dings Quest töten und eine leere Flasche das ist nachher immer genauso viel das ist ja ich trinke mal kurz und dann latschen wir mal los ja und die krabben na die kommen nachher noch ach ja da müssen wir am Fluss irgendwas machen hä ich muss irgendwie weiter gehen und dieses hässliche Gefäß da habe ich jetzt auch ja du hast das Gefäß angenommen aber du wirst dann nicht verfolgt von den Wald Riesen ich habe eine Riesen getötet du hast eine Seele aufgenommen und die sind aber schlecht ja eigentlich schon ja für den Dieb waren sie damals ziemlich stark ne ich hab die in den Dieb ging die Leiste mehr so schnell runter ich hab zwar wenig Schaden mit Dieb gemacht aber so leistens ging oh die ältesten haa ok so viel halten die nun auch nicht aus ey hier gibt's schon die Tränke 2 die können wir gut brauchen zwei Schläge eintrill hallo achso äh wenn ihr Waldriesen wollt hier oben auf dem Plateau da sind sehr viele da geh ich denn mal ran los hau ihn tot ich kill mal noch ein paar Waldältesten und mit dem Töten Töten dritten die Riesen auch so an die Justi ich komme auch gleich noch mal hoch wir haben würde man die Ältesten die Kälte sind die Töte 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 es wird die Glaser zu uns naja dabei sind muss man was er hier eigentlich er noch zwei Älteste hast du das Wasser wieder mitgenommen neuesten eine Tag und ich alles klar schon gelärt ich schon ich will auch ich war noch nicht da wird raus ja ich weiß aber eine Welt der Welt der etwas durch das Gefühl genommen im Buch ich habe das Recht genommen da konnte man sich das aussuchen ja ach so jetzt den Quest warte ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt da sind es du er haben als glanzvolle Kette Loft Arschloch wo seid ihr denn jetzt hingegangen? ich nehme das Rechte ich habe auch das Rechte genommen und Mirko? dann nehme ich das Linke gehen wir jetzt zu Dell? wähle eine Belohnung aus ich kann gerade keine aus ach so vom Tod nochmal gehen wir jetzt zu Dell? ja und währenddurch schon mal den nächsten Buchquest annehmen hab ich schon wir durften eine Lilie verführerische Lilie ah die kommen auch noch die kommen glaube ich mal von den Schraben ah jetzt kriegen wir ja die Schatzkarten hier sammelt die mal weil ich brauch die nicht ich hab schon bald ne ganze zusammen glaube ich 1,2, 2 Teile hab ich weil da kann man schön Sachen bekommen also ah was kriege ich? ausweichend eine wollen wir sonst mal die Fäße machen die schlopfen wir in den Haar sofort ja ah jetzt Lucario töten da gibt es eine schöne Rüstung Lucario? nein Lucario Lucario ich kann den nicht anquatschen halten danke ah ich muss auch ich komm mit Philipp komm die hier runter ja das ist klar dass du die musst komm die erstmal hier runter wegen Gefäße das gibt's oh fick dich doch mal Hilfe die ist gut die ist richtig gut ich hab ne Schatzkarte zusammen ich nicht ich auch gleich so ich mach mein Gefäß zuerst auf nein los Mirko hör auf du hast Schnitt ja den mach ich doch ja eh eh sonst töten wir ihn schneller bevor er Bruch hat ist was gutes rausgekommen? da ist ja noch eine knockt das ah den haben wir doch schon so warte ich mach meinen zweiten auf bing das ist Buster warte der hat Blitz wer hat jetzt einen gleichzeitig wieder mit aufgemacht Merkow bestimmt das ist das Running Gag das musst du das war einfach oh, Luft, Justy 1, C3 wie viele haben die Handschuhe? die haben 124 Merkow willst du ein Segnungskämpfer-Schild? wie viel hat das? 70 Blockenpunkte, VTG 243 warum bekämpfe ich meine mal alleine, wenn ich die beschwöre? wie viel hat die? ja, das hätte ich gerne das Schild ja, warte gleich ja, das war's dann wohl mit den Bruchpunkten ich setze mich kurz in der Hand habt ihr noch irgendwas für mich? Stab oder so? danke schön ich muss leider sagen, nein ich habe eine Jäger-Scheppe 62 brauchst du die? da ist damit Lurie gemeint? ja gut ja, gib mal, lass mal handeln, noch mal schnell ja, weil mal du auf den ja okay, wo bist du, bist du, bist du, bist du direkt neben dir ja, ich hab das gerade aus der falschen Perspektive du standst genau zwischen äh, ach egal ist egal handel bestätigen so den Chick mal rüber who that chick who's roda ich will mal kurz was probieren, ob das immer wirklich jetzt zufällig ist mit diesen vier farbigen Teilen da oh, die bringt nicht, sie ist übel schlecht, die Schärfe brauchst du Mittelteile von der Schatzkarte sonst noch? ich sag, warte mal ja, Justi, du wahrscheinlich dann ich hab eins und drei mir fehlt zwei wird echt nicht gefärbt, okay, dann nicht ähm, nein, ich nicht ich hab alle voll und hab gerade eine gemacht wieso hast du jetzt auf einmal blau an? ja, ich wollte gucken, ob diese drei farbigen Teile irgendwie doch noch immer noch random sind und das sind sie leider so Erfolg angegemeine Fähigkeiten achso, das war jetzt noch von Dings ich möchte schnell verkaufen Flori, töten wir ein Gefäß einen Augenblick habt ihr noch eins? ja, ihr habt ja gerade getauscht und ich wollte dich schon wieder ein du tanzt ich tanze? fürs Video oh Mist dancing da Alter, ich gucke, wie will hier nicht meine Augen sehen voll komisch aus ja, ist immer so ja, du hast irgendwelche bösen Schlitzaugen Heiligkeitsjäger Scherpe ich hab einmal bekommen Perfektion ich hab auch einmal bekommen Heiligkeitsjäger Scherpe, zeig mal ich nicht 56 so, komm mit, wir machen jetzt mal die Quest weiter oh, warum sind die alle so scheiße schlecht? meine ist jetzt besser alle immer um ein oder zwei Punkte vorbei dran ja, das ist was machst du jetzt wenn wir äh, wir können alle drei Lukavio die Hauptquels möchte ich jetzt machen weil, da kriege ich einen Dingsgut und Panzer also Lukavio, ne? ja gut wir können alle drei beschwören wollen wir das? mach mal einen na ein, was bist du denn? du bist ja hässlich kam tot warte, ich hab auch noch einen ich auch ne doch, Florie, du musst auf dein gelbes Gefäß was, du bist auch grad gestorben das ist ein Geist so, das warf mit zu dir kommt auch zu Intel ey, der sah grad richtig geil aus, wie wir gerade gerannt sind alle äh Mirko, was macht äh, ihr seid beide eins ich glaub gerade, dass ich von vorne saß lustig und wenn ihr zwei Köpfe und da ist ja zwei, wieso sind da zwei leicht äh, zwei leichter Rüstungen äh, Stoff wird nochmal aufgeteilt in Priester und Magier das rechte ist für Priester und das linke für Magier ok wegen Intelligenz und Wille Diakonie muss der nächste Quest vom Hauptteil warte, ich möchte meine Rüstung aufleveln und anlegen ja, Florie, wie wär's, wenn du erstmal kurz wartest ich will meine nämlich auch noch erstmal aufrüsten und anlegen, weil ich muss erstmal gucken, wie gut die ist, die neue die schlechter als meine jetzige ja, meine auch, weil ich die andere verbessert habe ist die, die ich jetzt bekomme, am schlechter Dschungel selbst ohne Verbesserung war meine ich, je besser als die verbesserte von vorhin ja, obwohl ich könnte die jetzt noch verbessern und dann ich weiß nicht, behalte ich die jetzt? obwohl Intelligenz plus Fitzen Glück plus 8 nee, ich behalte die ich gerade habe nee nee so, nächster Hauptquest ich habe jetzt meinen Rüstungswert um fast 100 gesteigert, ich meine und alles andere hat die auch besser als die vorherige so, wo wollen wir denn jetzt genau hinfahren? der ist mein nächsten Hauptquest der ist mein nächsten Hauptquest wo kriege ich den? ich suche gerade, da, bei Schnipps ja die Gehrer 45 Silber halten Zauberer Schnipps sprich mit Otto und sprich mit Siv wir sprechen mal mit Otto, ne? warte mal, wo ist der denn? der ist hier um die Ecke, wenn du hier vorne rumkommst, wo wir gerade hacken und den warten wir noch mal im Eingangsbereich, ach da und den warten wir noch mal kurz auf dich Flori, hast du deinen Bogen nicht verbessert? ach siehst, ich kann, ich habe noch eine Verzauberung frei habe ich auch noch, aber ich lasse den erstmal noch mh, viel kräftige Trefferwertung das Rätsel für uns das ist so, und da ist Otto und jetzt muss ich zurück Gola ich muss zu Siv Siv, der ist total besifft, ne, versifft weil ich kriege die Gilde echt, wie viel Geld hat die Gilde jetzt? 2 Gold, 426 Silber und wir haben 60 Ruben schon aber ich glaube, das war der Gilden-Quest da Anführer Justynt 4-2 Level 1 Beitrag 10% keine, ah, ich glaube 10% von unserem Geld kriegt die immer M-Kried, äh, M-Kried reicht das für ein Level ab? und jetzt, jetzt durfte eine Linie und verfühl führerische Linie und das ist genau das letzte Buch ja ich setze mich jetzt kurz mal hier vorne hin ich komme hin ich setze mich zu dir auch gleich da Draven on the road again Entschuldigung da jetzt, ich verbessere jetzt erstmal meinen Bogen einmal einmal, ich brauche den 5-3-3-2-9-1 5-3-3-2-9-1 5-3-3-2-9-1 5-3-3-2-9-1 5-3-3-2-9-1 Seid ihr auch so kurz vorm Level ab? ja ähm das ist blöd da ist, warte ich, geh mal kurz da hin ich geh, geh mal kurz meine Schatzkarte holen da euch auch warte, ich hab auch noch eine da musst du die Koordinaten richtig lesen der läuft nämlich nicht alleine hin, du musst du erst du musst dir erst, ach, da hinten in der Ecke ähm wenn du hier schon mal gespielt hast, weißt du meistens alle Standorte schon auswendig das ist 291 das zeigt die Schatzkarte dann an äh, Koordinaten und da muss auf der Karte hin mhm so ich glaube, unser oh fuck, lehne, ey wenn die jetzt auch noch aufgeteilt wird, dann nach oben in der Ecke Lovtor, ich kämpf die jetzt, ich mach die jetzt fertig, das reicht mir aber ich hab zehn Mahner Punkt Tränke 2 bekommen und Loft auch und Lebenspunkt Trank 1 ein tut mir leid, Flory, für dich war keiner dabei cool, ich hab was gekriegt, freu ich mich ja, ich krieg wieder nichts merke mir ja, merke sie ich komm auch zu euren Geburtstag hä? wer hat gesagt, dass wir nicht einladen wo ist die verführerische und die duftende Lille? ach, die sind ganz woanders hm hä, wo seid ihr gerade? ach so, Flory ist bestimmt auch grad Schatzkarte abliefern, oder? ja hatte deine auch hatte deine auch 533 291 ja, das ist deine Ecke äh, du musst ein bisschen weiter wenn du zur Wand guckst, nach links uff, welche Ecke uff, welche Ecke uff ja du bist mit dem das 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 Vielen Dank.